ladies and gentlemen boys and girls herzlich willkommen zurück zu let's play red dead redemption 2 mit mir warum steve von den online game masters wir heute jetzt ein hirsch okay das könnte ein bisschen holy shit nicht jedes meins geschmack sein arthur morgan's first decent bit of hunting after all these years we're on the run now everyone's got to do their bit to survive just make a good stew don't need it it's been a tough few days a few days later it's been a bad few weeks but dutch being dutch he is busy making plans and dutch being dutch those plans involve robbery and dreams well i thought you was reading him his last rights now i see you're introducing him to your other passion i'll mind you to show me some respects mr morgan mind away reverend you're still here then oh yeah yeah and you'll pay me but for the moment just rest arthur i think it's time for the train you want me to come of course i do but look out i was always ugly dutch it's just a scratch don't lie still son hello abigail jackie the boy wanted to see you john you see me now what's left of me what about you guess i was hoping to see a corpse bide your time you'll see plenty of them you're a rotten man john marston he is an idiot abigail we all know it now railway man bill now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel ain't a problem why are we doing this weather's breaking we could leave i i thought we was lying low yeah come on what do you want from me hosea i just don't want any more folks to die dutch we're living hosea we're living look at me we're living even you but we need money everything we has in blackwater you fancy heading back there no listen dutch i ain't trying to undermine you i just i just want to stick to the plan which was to lie low then head back out west now suddenly we're about to rob a train what choice have we got leviticus cornwall's no joke dutch is he who is leviticus cornwall yeah he's a big railway magnet sugar dealer oil man well how good for him sounds like he has more than enough to share dutch gentlemen it is time to make something of ourselves get your horses ready we have a train to rob all right we're moving out follow me okay gentlemen listen up all you according to the information so kindly provided to us by the o driscoll the train will be coming north from big valley we're gonna pick it off after it crosses the border into the grizzlies there's a race spot there that should give us good advantage charles you'll keep lookout for any outriders how's that hand by the way i'll be fine good i'll take the driver and engineer then run point lenny and javier you two take the front cars deal with any guards arthur and micah you head straight for the back that's what we're after mr cornwall's private car you and me morgan great have you got a problem with that not if you keep your head for once you worry about yourself huh enough after bill blows the tracks we're gonna need to move past yes is everyone clear on what they're doing yep crystal yes boss good now come on let's ride so 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 Ich bin der Schnee, endlich. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing. Before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell. Charles Smith. Arthur Morgan. Javier Asimuela. And what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at it, Dutch. You're sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes short. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back. And that's the end of it. Money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money. It wants to work out how to cash. God damn it! Now everyone, shut up! And get your mind on the job at hand. Come on! There's the water tower. Hold up here on the ridge. Kind camera? No. Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. What's in the Kind camera? Ach, so Kino. Ich bin so ein Volliode. Ah, good boy. Oh! Wie komme ich hier überhaupt zu Bill? Verdammte Scheiße. Was ist das hier für eine Landschaft? Was war das denn bitte? Sorry. 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 Aber warum bist du auch gesprungen, ne dummes Pferd? Das sollst du doch nicht. Ich hab dir nichts von springen gesagt. Was war das denn? Wie geht's dir? Ich bin okay. Du sicher? Natürlich. Kann ich ein bisschen helfen? Okay. Go ahead, und schreie die Detonator von diesen Rocken da. Okay, sicher. Jetzt verbe ich die Wärme und dann verbe ich es zu dem Detonator. Den hält mir mal ein bisschen und legen das Kabel aus und verbinden es mit dem Zünder. Das ist schon cool mit dem Pfeifen, dass er je nach Situation oder je nachdem wie man drückt, länger pfeift oder kürzer. Ja. Ja. So. Okay, cover your faces. Train should be here any minute. So. 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 Good luck. All of you. You all know what to do. Here we go. Shit! No! What? Oh, you've got to be kidding me! Where did you find that moral? You said it was fine. Come on! You're pathetic. You know that? Oh boy. Oh boy. Das ist ja mal schön schief gelaufen, du. We're going! Hey, down here! Oh shit! Shit! Pull me up! I've got you! Now stop yelling! Help! Yeah, here we go! Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? He fell, and the others will get him. Come on! We need to stop this train. There's another guard up ahead. You want me to take him? Hopper! Who's going? Okay. I'll just deal with you. Hey! Nice. Nice. Ah, so good gemacht. Oh shit! We got... Who's... So much! Pull their brains out! Oh, I'm going to have a phone watch! Shouldn't we push up? Oh god! Yeah. I'm good. What the hell did we all do it? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. What is wrong with you, boy? Oh god! This deal should I am a little bit learn. Oh! How are you doing there? I'm okay. We gotta hurry. We have to stop this train. That's what we're doing, kid. Oh! Where's my hood? Oh, damn it. Where's my hood? Where's my hood? Where's my hood? Oh my hood. Yeah. You better have some money at the end of this. Woo! 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 Yeah! We need someเส pourers! You still okay? I think so. Good. es ist immer dass ich zweimal drücken muss weil er noch mal oh jetzt war ein schöner schuss ich habe meinen hut verloren wird der vielleicht irgendwo auf der karte angezeigt sieht nicht danach aus nochmann über mein gut wieder um you two all right yes let's get the money and go we got some fellas hold up in this last car what are you boys planning on doing in there listen to me we don't want to kill any of you any more of you I give you my word but trust me we will work for the vaticus come on boys we got our orders ok you asked for it we are opening this door four three two one teams our friends have gone death wake up a little oh 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 nice nice mr. Williamson give mr. Morgan and mr. Smith some dynamite you two boys go blow that door open now don't matter too much to us but you boys in there might want to take a step back seems good enough now light the fuse here we go oh it's really cool it's really cool it's really cool like you got a death wish i'd step back fellas all right come on just walk on out here we don't want to kill you we just want to rob your boss get on up there search that train there's a second rick up back oh we need a more for mich herum to schieben leute shop auch da rein up to the place it's like a palace now i've seen everything holy shit oh yes should be easy as cake ah you're just gonna stand there kid pour me some brandy will you Ja, ich bin verletzt. Soda. Ich und Arthur haben alle die Arbeit gemacht. Ja, das Kind hat gut gemacht. Ich habe nicht gesehen, dass du russischst, um auf dem Fahrrad zu gehen. Er ist König. Ich gebe dir das. Leland Öl-Entwicklungsgeschellschaft vom 9. November 1898. Nach Erhalt der verämerten Zimmer, werden wir unverzüglich zu den Phasen 2 und 3 übergeben und Ihnen innerhalb eines Monats einen detaillierten Bericht über unsere Erkenntnisse vorlegen. Aha. Noch ein guter Brandy. Sehr geehrter Levitius, danke für Ihr Telegramm und Ihr Interesse an Jameson. Ja, das ist eine Werkbaugesellschaft. Allerdings entbehren alle Berichte, die sie über schlechte Führung oder finanzielle Schwierigkeiten in Armenien in Annisburg erhalten haben, jegliche Grundlage, und ich würde darauf drängen wollen, dass sie ihre Quellen hinterfragen. Das Kohlegeschäft unterscheidet sich in vielerlei... Halt doch mal die Klappe... ...hinsicht von der Ölindustrie. Ich bin daher nach wie vor offen für ein geschäftliches Treffen. Halt doch mal die Klappe... Wann immer es Ihnen zeitlich passt, so dass wir unsere unterschiedlichen Branchenkenntnisse miteinander teilen können. Der hält nicht die Klappe, ne? Es wäre mir auch ein Vergnügen, Sie hier in Annisburg zu begrüßen und Ihnen persönlich die Mine und die eingeschlossenen Werke zu zeigen. Ich freue mich bereits... Angeschlossenen Werke? Äh... Ich freue mich bereits jetzt auf Ihre Antwort. Mit besten Grüßen... Mhm... ... Wo ist das Geld? 25 Dollar? Das ist ja schon vieles für die Zeit damals. Da war Geld scheiße viel wert. sieht nach zigarren aus oh ist jemand denn da ja, das sieht aus wie etwas ich denke, ich habe sie schön, danke Gott, komm komm, komm was hast du find? diese bonds, sie wert oder was? oh, sicher, Berber bonds, ich denke, wir können sie ziemlich schnell verhendet werden erinnert und du kannst du alles weg, schluss? ja, wir sind jetzt hier Das ist interessant, dass ich kein Tuch mehr um habe. Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung, dass ich alle drei sterben sterben habe. Ich habe keine Ahnung, dass ich alle drei sterben sterben werde. Komm schon, wir gehen! Wir werden uns nicht sagen, ich versuche! Wenn ich so viel wie ein Fuss von diesem Auto höre, dann wird man wie alle deine Freunde hier drinste. Komm! Ich hätte gerne wieder... Ja guck mal, der sagt auch, dass es wohl noch um ist. Schätzen wir mal, es ist ein Bug. Ich will meinen Hut wieder zurück. Wo könnte ich ihn bloß verloren haben? Hier oben irgendwo anscheinend eigentlich, ne? Aber gut, bei dem Fahnen ist er wohl schon längst weg geflogen. Ach man. Oh for Lord's sake, put that book away and go hell. Oh, Mary Beth. So, are we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Shut up and don't do your job. Musik 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 Lenny, Micah, get over here Yes, boss You two ride up ahead, make sure there's no surprises We've had enough of those Me? With the boy? Just go Come on, kid You can buy me a whiskey Leute Ich bin nur ungernet der Stimmungskiller Jetzt hier in dieser doch recht schönen Szene Oder schönen Szenen, die wir gerade gesehen haben Mir haben sie sehr gut gefallen Mit dieser musikalischen Untermalung Aber jetzt ist es Zeit für einen Cut Das heißt, es geht im nächsten Video weiter Ich verabschiede mich Ciao Und bis dann, euer Steve Von den Online Game Masters Musik 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 Bis zum nächsten Mal.